Ich muss nach Markarth zurückkehren. Richtig, genau. Und wir wollen zurück nach hier hin. Ich muss meine Leute abholen. Und damit es Zeit, hoppala. Was macht denn er hier? Ach, da stehen sie. Command, nein, warte mal. Back, Group, Follow. Akira kommt jetzt mit, ne? Ja, okay. Das ist das Schöne an Group. Ob das dann Pferd auch geht? Ähm. Nicht doch. Mein Control. Pferd hat mein Control widerstanden. Nein, ist das übel. Alles klar. Pferd kann mein Control widerstehen. Äh, ja. Ne, nein. Hier. Festung, bla bla. Was ist los, Drachen? Ja, weil du dann wärst du schon lange nicht mehr da. Dann hätten die dich schon längst gefressen. Mal ganz ehrlich. Ähm. Was sagt eigentlich mein Tagebuch? Nichts. Mal mal zum Jahn aufgehen. Mal gucken, was der dazu sagt, dass ihr die Toten versuchen, äh, die, äh, die Fleischfresser, ich mein, die Menschenfresser versuchen hier. Äh. Hat ja mal den Jahn gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist der auch noch weg. Ärger oder so? Danke, dass ihr mein Leben gerettet habt. Wer ist? Arkay. Ich glaube, das waren jetzt genug Ausflüge vor die Tore von Markart. Ups. Entschuldigung. Ja, ja. Hm. Wer war Arkay? Wer ist Arkay? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Okay, wer ist Arkay? Arkay. Einer der acht Göttlichen. Gott der Geburt und des Todes. An seinem Schrein beten die Menschen, wenn sie die Halle aufsuchen, dass seine Göttlichkeit über ihre Vorfahren auf dem Weg in das nächste Leben wachen möge. Geht ihr voran? Habt ihr diese Kriege aus Hammerfeld gesehen? Äh, warte hier. Ihr müsst etwas für mich tun. Ihr müsst etwas für mich tun. Geht ihr vor? Ich folge. Nein, nicht folgen. Los, wett. Jetzt läuft er mir nach wie so ein kleines Hündchen. Ich gebe euch Deckung. Warte hier. Is waiting for you. Scheiße, Mann. Ich hab den doch... Ich hab den doch ausgeschalten. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Command Dismiss. Ich bin zuhause, falls ihr mich sucht. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Nein, jetzt läuft er mir nach. Nein, mit dir will ich doch gar nicht quatschen. Ich gebe euch Deckung. Äh, müsste etwas... Wer ist Akai? Ihr trennt sich unsere Wege. Ich bin zuhause, falls ihr mich sucht. Das geht nicht, ne? Das funktioniert nicht. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Ich gebe euch Deckung. Äh, hier trennt sich unsere Wege. Hallo? Ich bin zuhause, falls ihr mich sucht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Ich bin immer noch da. Ähm, warte hier. Das geht nur. Is waiting for you. Natürlich. Natürlich. Und dann geht's durch. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Stimmt's? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Angriff ist die beste Verteidigung. Plupp. Ihr wollt jetzt aufgeben? Ausfurcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Mama, warum streitet ihr mit Papa? Wir streiten uns doch nicht, wir... Warum hole ich euch nicht was zu essen? Mama und Papa reden später weiter. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Das stimmt für dich. Es ist toll, ein Lehrling zu sein. Ich darf mit dem Hammer auf Dinge schlagen. Äh, ja. Richtig. Da war schon noch was. Ah, Haus Flindrell ist ein großartiges Anwesen, wenn man es sich leisten kann. Der Vogt in der Festung kann euch mehr darüber sagen. Oh. Natürlich. Selbstverständlich. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Karte aufrufen. Außerdem will ich erst einmal... Was wollen wir eigentlich noch machen? Is waiting for you. Natürlich. Is waiting for you. Das ist schön für ihn, wenn er wartet. Ach ja. Und wir wollten ja zurück zu meinem Außenposten. Natürlich. Und da eine kleine Pause machen. Ja, ich möchte gerne schnell hinreisen, wenn das möglich ist. command relax natürlich command relax jott verschiedenes alter mann so wir wollen wissen was verkaufen ja genau ist wieder leer also gut dann schauen wir was wir haben in die 1800 pfeile für die ich nix krieg die holzwelle angst den kampfbogen nach dem wollten wir mal ausprobieren genau gut nötig habe ich natürlich oder dann starb des magnus ok das tun wir her und den streitkolben oder worum es sein gewesen mag ist egal denn den zweihänder verkaufen goldene halskette ist viering smaragd ring kulister rupe ja die diadee mit zafir elfen panzehandschuhe elfenrüstung leichte rüstung illusion fels am schiene ring der geringen illusion der beschwörung der geringen safros arenas amulett was safros ok silberne armadist granat ring silber ring dass das hoppela entschuldigung was habe ich das verkauft naja ich kann es auch noch zu verkohlen ist ja kein thema die thalmor stiefel die die schatten wollte ich nicht verkaufen will ich nicht die großen elfen vulkan vulkan glashelm der großen zerstörung zwergenhelmen bevor ich es wieder vergesse was weiß es jetzt gerade was wollte ich hier schatten drachenpanzer nicht doch dark brotherhood putz 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 das verkaufe ich amulett von kühner red die beller akai die könnte ich eigentlich verkaufen kann ich ja später wieder bauen ist ja kein thema gegen gift frostbiss gift heiler berserker ausdauer geringe ausdauer magie sechs mal gangart heilung ausdauer zweimal magie kräftige magie magie nochmal magie beschwörer und schloss knacken dann haben wir chaos zum ruf zu dem waffen- und schutzkreis ich brauch das zeug nicht altowain auch das noch haben wir irgendwo not mit noch wein auf jeden fall und ne not mit habe ich nicht gut bücher jede menge bücher das hier das kann ich nicht aus tun okay die schlacht die tür ins reich des vergessens die schatzkarte kann ich nicht verkaufen das da zombies erwecken und unsichtbarkeit und das lied der rückkehr und okay alles klar amethyst gewöhnlicher seelenstein glas verkaufe ich nicht granatstein hüllenbeeren pelz die die seelensteine makellose amethyst granatstein mammut stoßzahn mächtiger seelenstein safir safir winziger seelenstein armseliger winziger seelenstein mit armseliger seele das war es eigentlich auch schon ja richtig hm haben wir noch irgendwas ach ja genau wollte ich noch schnell ja mein äh bei meinem wo ich den mod gemacht habe ist mir ein kleiner fehler unterlaufen und deswegen sieht das jetzt so aus mit dem kampfbogen der ist unbrauchbar ich weiß nicht warum das so ist ich kann auf jeden fall das ist kein bogen mehr damit kann ich die leute tot schlagen deswegen kann ich ich kann die nicht mehr bauen ich kann also bauen geht schon aber dann sieht das so aus ja deswegen habe ich in der habe ich in der ding abgenommen ne hier so boah bloß nicht ey was haben wir denn der wirbelwind sprint ist noch aktiv ähm mind control würdest du vielleicht letztendlich danke alter mann gehen wir mal raus die sonne scheint nicht wirklich schäfchen wolken am himmel und ähm ich verabschiede mich hier aus diesen let's play und wir machen dann in der nächsten folge weiter mit irgendeinem was haben wir denn eigentlich noch drauf ich würde mal sagen äh das horn von jürgen windrufer könnte man machen oder drachenblut will ich eigentlich noch nicht das nehme ich mir auch für später also jürgen windrufer werden wir wahrscheinlich machen oder den dämmerstern hier die vampire platt machen also gut bis zum nächsten mal danke tschaui 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 tschaui